Vor kurzem erst gab Sonja Kraus bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Im Kampf gegen die Krankheit muss sich die 48-Jährige nun einer Chemotherapie unterziehen und leidet deshalb an Haarausfall. In einem Video auf Instagram teilt sie nun ihre Liebe zu Perücken und macht anderen Frauen mit demselben Schicksal Mut. Mein eigenes Haar sieht ziemlich traurig aus. Aber ich liebe Perücken. Es ist so toll, das spart so viel Zeit, so die Moderatorin. Bereits vor wenigen Wochen überraschte sie im Bunte-Interview mit ihrer positiven Ansicht trotz der schlimmen Diagnose. Die 48-Jährige möchte anderen Frauen Mut machen. Und wenn ihr gerade irgendwie eine Chemo vor euch habt, das ist echt, das ist eine Chance und ich möchte euch damit Mut machen. Besonders am Herzen liegt Sonja Kraus, dass andere Frauen die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Wäre ich nicht zum Routine-Check abgegangen, würde ich vielleicht nicht mehr leben, erklärt sie gegenüber Bunte.